Die Austragung einer deutschen Fußballmeisterschaft wurde vom Spielausschuss des Deutschen Fußballbundes für die Saison 1902-03 zum ersten Mal ausgeschrieben und fand vom 3. Mai bis zum 31. Mai 1903 statt. Erster deutscher Meister wurde der VfB Leipzig, der im Finale von Altona den deutschen Auslandsverein DFC Prag mit 7 zu 2 besiegte. Der DFB umschloss damals unter seinem Dach annähernd 30 zumeist lokale Fußballverbände mit annähernd 150 Mannschaften. Größere Regionalverbände gab es zu dieser Zeit nur in den Regionen Brandenburg, Berlin, Mitte, Süd sowie West, hier wurden auch bereits Regionalmeisterschaften ausgetragen. Teilnahmeberechtigt war jeweils ein Vertreter der bestehenden Lokal- und Regionalverbände. Bis 1904 waren zudem auch im Ausland ansässige deutsche Verbände zugelassen, wovon mit dem DFB-Gründungsmitglied DFC Prag der Verband der Prager deutschen Fußballvereine Gebrauch machte, obwohl dieser gleichzeitig Mitglied der österreichischen Fußballunion war. Trotz der vergleichsweise hohen Anzahl berechtigter Verbände waren am Ende nur sechs Mannschaften für die deutsche Meisterschaftsehntrunde gemeldet. Ausgetragen wurde die Endrunde im Pokalmodus, wobei jede Begegnung an einem neutralen Ort stattfinden sollte. Diese Regelung wurde jedoch bei der Ansetzung der Spiele, das Endspiel ausgenommen, durchgehend nicht eingehalten. Teilnehmer Spielergebnisse Viertelfinale Altona 93 konnte in der ersten Partie die Viktoria 96 aus Magdeburg in einem Heimspiel mit 8 zu 1 abfertigen. Alles überragender Mann auf dem Platz war Mittelläufer und Kapitän Franz Bär, der später im Finale als Schiedsrichter auftrat. Vier der fünf Altonaer-Stürmer trafen, dabei erzielten Miklos Bradanovic, Herder und Walter jeweils einen Doppelpack. Den Magdeburgern gelang in der zweiten Halbzeit lediglich der Anschlusstreffer zum 1 zu 4 durch Hans Adam. Der VfB Leipzig besiegte trotz erneut nicht neutraler Spielansetzung eine Woche später auswärts Britannia Berlin. Die Berliner waren chancenlos unterlegen und trafen erst in der 88. Minute zum Ehrentor durch Richard Müller. Die Leipziger Treffer erzielten die späteren Torschützenkönige Bruno Staniszewski, der einen Doppelpack schnürte, und Heinrich Riesow. Das Spiel zwischen Prag und Karlsruhe war vom DFB zunächst in München angesetzt worden. Jedoch erhob der DFC Prag dagegen Einspruch, da eine Austragung in Prag höhere Einnahmen erbringen würde. Gegen diese Ansetzung legte wiederum der Karlsruher FV 91 Protest ein. Aus Zeitgründen wurden beide Mannschaften für das Halbfinale zugelassen. Halbfinale erneut kam es zu einer Regelwidrigkeit. Das Halbfinale zwischen dem VfB Leipzig und Altona 93 wurde in Leipzig angesetzt. Auch wenn die Altonäer sich in der ersten Halbzeit ebenbürtig zeigten, konnten die Leipziger das Spiel auf heimischem Boden für sich entscheiden. In der zweiten Hälfte gewann sie nach 3 zu 3 noch mit drei Toren Abstand. Auf Seiten des VfB hatten Edgar Blüer, Riesow und Staniszewski jeweils doppelt getroffen. Bradanovic, Herder und Walter erzielten bei ihrem Ausscheiden ihre jeweils dritten Treffer für Altona. Das Halbfinale zwischen Prag und Karlsruhe konnte eine Woche nach dem ausgefallenen Spiel erneut nicht stattfinden. Vom DFB war es wie das andere Halbfinale in Leipzig angesetzt worden. Ein gefälschtes Telegramm, das dem Karlsruher FV von einer neuerlichen Verlegung des Spieltermins Mitteilung machte, hielt den KfV jedoch von einer Reise nach Leipzig ab. Der DFB erklärte trotzdem den KfV für disqualifiziert, sodass der DFC Prag kampflos ins Finale kam. Zu beachten ist, dass der DFC seine starken österreichischen Nationalspieler, die auch in anderen Vereinen engagiert waren, nicht zu jeder Zeit einsetzen konnte. Außerdem war der damalige DFB-Präsident Prof. Dr. Ferdinand Hüppe gleichzeitig 1. Vorsitzender des DFC Prag. Finale Das erste Finale um die Deutsche Meisterschaft war am Sonntag, dem 31. Mai, für 16 Uhr angesetzt worden. Jedoch fehlte zu diesem Zeitpunkt ein spielfähiger Ball, sodass sich der Anstoß bis 16.45 Uhr verzögerte. Da zunächst ein Ball aus dem Wehre ins Heim des Alton der FC herbeigeschafft werden musste. In dem von Schiedsrichter Franz Berge leiteten Spiel erzielte der Prager Spieler Meier in der 22. Minute das 0 zu 1. Leipzig konnte aber bereits neun Minuten später durch Walter Friedrich ausgleichen und ging nach der Halbzeitpause in der 49. Minute durch eine direkt verwandelte Ecke von Adelbert Friedrich in Führung. Nach dem 3 zu 1 durch Heinrich Riesow und einem Anschlusstreffer zum 3 zu 2 durch Meier sicherten Bruno Starnischewski und Heinrich Riesow mit je zwei Treffern. Den 7 zu 2 Erfolg Leipzigs. Nach Recherchen der IFFHS sollen die Prager mit sieben österreichischen Nationalspielern angetreten sein, die gar nicht dem Verein angehörten. Außerdem hatten sie anscheinend im Vorfeld des Endspiels eine falsche Aufstellung angegeben, was den VfB Leipzig jedoch nicht daran hinderte, sich den ersten deutschen Meistertitel zu sichern. Die Meistermannschaft des VfB Leipzig. Nachfolgend ist die Meistermannschaft mit Einsätzen und Toren der Spieler angegeben. Der Spielertrainer und Präsident des VfB Leipzig, Theodor Schüffler, der entscheidend den Grundstein für den Erfolg der Leipziger gelegt hatte, war zwei Monate zuvor im März jung gestorben. Torschützenliste. Hinzu kommt ein Tor, bei dem der Torschütze unbekannt ist. Denkmäler. Die Ex-Erzierweide, auf der das Endspiel stattfand, existiert heute nicht mehr. Sie befand sich in einem heutigen Industriegebiet im Stadtteil Barenfeld des Hamburger Bezirks Altona ungefähr an der Kreuzung Rundenbach-Marloring. Am 3. September 2011 wurde an dieser Stelle ein steinernes Denkmal zur Erinnerung an das erste Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft aufgestellt. Welches von der privaten Initiative 1903 durch Spenden finanziert worden ist. Der Stein stammt aus dem Bruno-Plache-Stadion in Leipzig, der ehemaligen Heimspielstätte des mittlerweile aufgelösten VfB Leipzig. Der Stein wurde fachmännisch aufbereitet und eine Gedenktafel angefertigt. Ein eben solcher Stein bereichert seit dem 5. August 2012 auch das Leipziger Bruno-Plache-Stadion. Zur Saisoneröffnung des inoffiziellen VfB-Nachfolgers 1. FC Lokomotive Leipzig wurde er als zweiter Pilgerstein der deutschen Fußballgeschichte feierlich im Kreis von ca. 1300 Anhängern eingeweiht. Damit fiel die zweite Denkmalweihe auch auf den 90. Jubiläumstart des Leipziger Stadions. Im Folgejahr wurde dann der Verein ausgezeichnet, der im Laufe der Endrunde kein Spiel bestritt. Der Karlsruher FV. Am 1. Juni 2013 reisten die Anhänger der mittlerweile als Verein offiziell gegründeten Initiative 1903 e. V. in die Fächerstadt, um zunächst am alten Engländerplatz, der KfV-Gründungsstätte, begleitet von weiterem kulturellen Programm das dritte Denkmal einzuweihen. Das an das nie stattgefundene Aufeinandertreffen mit dem DFC Prag erinnert. Darauf folgte ein Fußballspiel zwischen einer KfV-Ihrenmannschaft und einer Initiative 1903 Traditionself. Die nächste Station für 2014 war Berlin. Am 27. September 2014 wurde im Stadion Wilmersdorf unmittelbar neben dem Club-Casino des Berliner SV 92, ehemals Britannia Berlin, das vierte Denkmal der Öffentlichkeit präsentiert. Auch an jenem Tag trat die Auswahl zu einer Partie an. Die Stationen Prag und Magdeburg sind vorgesehen für die Jahre 2015 und 2016. In Magdeburg soll ein Jugendturnier der geehrten Vereine den krönenden Abschluss dieser Serie bilden.